Herzlich Willkommen hier bei Modetreffen Eschdanach. Sie finden uns mitten in der Fußgängerzone in Eschdanach in der Rue Delaga 18. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen seit über 30 Jahren. Zu unseren Stärken zählen die persönliche Beratung und auch Änderungen, wenn mal was nicht passt. Wir führen Marken wie Calida in Damen und Herren, Tag- und Nachtwäsche sowie auch für Kinder. Außerdem haben wir die Herrenpullovermarke Monteschiaro aus Italien. So wie Damen und Herren Hosen und auch ein breit gefächertes Sortiment an Jacken. Als Mitglied des Eschdanach Geschäftsverbandes nehmen wir selbstverständlich auch den Akafsbank gerne entgegen. Wir würden uns freuen, Sie persönlich bei uns willkommen zu heißen oder folgen Sie uns einfach auf Facebook. Eschdanach, ein Städter Beweisung.